Ich heiße die Update-Version, das ist wesentlich so viel für mich. Oh! What the fuck? Alter Schwede, was war das? Was geht Leute, mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal Slender the Arrival und das neue Update, das Spiel hat sich verändert. Ihr denkt, es wäre hier zu hell? Nicht mit diesem Ding. Viel Spaß. Okay Leute, ich bin jetzt hier drin in dieser Welt hier, wo ich nicht wirklich weiß, um was es hier geht, aber ich glaube, wir müssen in ein Haus. Das war das Letzte, woran ich mich erinnern kann, als ich das Spiel gespielt habe. Oh! Fliegende Schrift! What the fuck? Alter Schwede, was machst du hier? Fliegende Schriften? Ich weiß es selber nicht. Oh, noch mehr davon. Alter Schwede. Oh mein Gott, fliegende Schriften sind nicht üblich bei uns. La 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 la. Fliegende Schriften überall. Darum handelt das Spiel. So hat sich das Spiel verändert. Ich wusste es. Juhu! 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 Das sieht alles so real aus. Alter Schwede, ich kann mich noch erinnern, als ich dieses Spiel gespielt habe, wo es nicht so real aussah. Hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Oh, da hinten der Berg. Er sieht so aus, als wäre er gerade neben mir. Hallo Berg. Ich liebe deine Muskeln. Denn jeder liebt meine Muskeln. Oh, ein Auto. Geil. Alter Schwede. Das sieht echt aus wie ein Porsche. Nicht wirklich. In echt sieht es voll groß aus. Alter Schwede. What the fuck? Schaut euch mal, wie groß der Reifen ist. Das ist fast so groß wie mein Körper. Alter Schwede, nicht... Oh! Alter, du siehst aus wie ein Riesenauto. Ich verpisse mich mal lieber hier, bevor mich das Auto angseift. Man weiß ja nie, vertraut niemals Autos. Ich will nicht wissen, wie gerade meine Haare aussehen. Ist ja auch egal. Hier geht es nicht um Aussehen. Okay, Leute. Ich war dafür, dass wir uns ein bisschen mehr beeilen. Denn, ähm... Ich habe keinen Bock mehr hier draußen zu sein. Ich will einfach nur nach Hause, 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 bisschen freiheit. Und es wird auch wieder dunkler. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Alles wird gut hier. Das ist mal auf Droge. Na gut, wir gehen jetzt in dieses Haus rein. Ich höre Schritte. Ich weiß nicht, ob das meine eigenen Schritte sind oder die Schritte des Spiels. Oder ey, keine Ahnung. Vor Sale zum Verkauf. Kaufe ich sofort. Weil das Haus einfach die beste Location ever hat. Ja, hier will ich einziehen. Definitiv. Ich habe ein bisschen Herzklopfen. Ich weiß nicht noch, wieso. Ähm... Alles wird gut hier. Das ist mal auf Droge schrift. So, okay. Wir sind hier drin, ne? Oh, shit. Sieht das real aus. Alter, das sieht aus wie... Wie echtes Zapp, meh. Und hier ein Bild. Von deiner Mutter. Ich meine natürlich von, äh... Deiner Tante. Dankeschön. Ich kann dir nicht genug danken fürs Kommen. Ich weiß gar nicht, wie glücklich ich wäre, wenn das alles hinter mir ist. Sehr interessant zu wissen. Es sind mir bitte mehr davon. Eine orange, bitte. Oh, sorry. Oh, shit. Das war der falsche Knopf. Hallo, ist hier jemand drin, ne? Oh, ein Klavier. Lass uns mal drauf spielen. Ich bin einfach der beste Sänger der Welt. Habe ich das so? Fanatiker? Ja, ne? So, ich bin jetzt hier in diesem Raum. Und da befindet sich auch schon die Lampe. Yay! Meine Lieblingslampe. Und, äh, deren Funktion. Meine Lampe kann sowas nicht. Aber Danny, du vernachlässigst mich übel. Und wer ist das? Irgend so eine Bitch. Nicht was? Irgend so eine Milf natürlich. Okay, ich wäre dafür, dass wir jetzt einfach, ähm, nach oben gehen, oder? Eigentlich ist keine gute Idee, aber... Das Bessere fällt mir jetzt gerade nicht ein. Was befindet sich hier? Hallo? Oh, sieht ziemlich cool aus. Ein Chattel. Ah, Mikrofon. Lauf! Okay, könntest du jetzt deine Fresse halten? Halt in den Fresse, das ist gruselig. Ah! Ah! Es ist so gruselig. Lauf, das zu spielen! Shit! Ich hab das niemals anmachen sollen! Oh! Helf mir, bitte! Mach das Teil aus! Bitte! Ich mach keine Scherze mehr, Radio! Finkt ihr nicht mit mir! Ich geh jetzt einfach weg hier. Hab keinen Bock mehr auf die scheiße, scheiße Radio. Ich hasse Radios! Oh Gott, ist das gruselig, die Musik, ey! Oh! So gruselig ist die Musik! So, jetzt lass uns hochgehen am besten. Halt! Deine Fresse, scheiße Radio! Boah, Alter! Oh, coole Bilder! Ja, da chill ich auch gerne in solchen Plätzen. So. Oh mein Gott, Leute, das sieht echt, echt aus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach hier reingehen, wäre ich dafür. So. Hier muss ich irgendwo einen Schlüssel befinden. So, lass uns mal hier kurz reingehen. Hoffentlich chillt kein Stand da draußen oder sowas. Okay, zum Glück ist keiner draußen, alles klar. Jetzt werden wir bitte mehr davon spielen. Jeder ist mal auf Droge. Oh, eine coole Lampe. Guck mal, die leuchtet sogar, wenn ich sie nicht anleuchte. Beste Lampe der Welt. Okay, ich weiß, was wir zu tun haben. Ähm. Was war das gerade? Was war das gerade? Kann mir das vielleicht jemand erklären? Hoffentlich nicht. Okay. Da ist niemand draußen. Und hier kann ich auch nicht sein. Oh, böse Tür! Na, 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 na. Wir suchen den Schlüssel für diesen Raum. Das Spiel ist zu viel für mich. Das sieht alles so real aus. Und hier ist der Schlüssel. Pick up a care. Pa, 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 pick up a care. Pa, 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 pa. Man könnte ein Lied singen. Pick up a care. Pa, 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 pick up a care. Okay, ich wäre dafür, dass wir jetzt einfach hier reingehen. Yay, ich habe die Tür geöffnet. Und gleich müsste eigentlich ein Schrei kommen, wenn ich dieses Blatt hier aufhebe. Ja, da ist er auch schon. Der allbekannte Schrei, den jeder kennen sollte. Gut, es scheint so, als müssten wir ihr helfen gehen. Was ich zwar nicht verstehen kann. Oh, coole Decke. Ich weiß zwar nicht, wie ich drauf komme, aber egal. Und cooler Penis. Ich meine natürlich Plakat. Ich liebe immer noch diese Gemälde. Die sind die schönsten Gemälde der Welt. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Aber ist mir egal. Ich heiße die Update-Version. Das ist ein bisschen zu viel für mich. Oh, ah, ah. What the fuck? Alter Schwede, was war das? Habt ihr das gesehen? Oh, wie sieht das alles so groß aus? Wie klein bin ich denn? Oh mein Gott. Ich bin ja ein Baby. Ich bin wie hier Among the Sleep oder Slender. Ja, ich mache mich gerne auf diesen Weg hier. Okay, ich werde jetzt dahin gehen zu diesem roten Teil. Und nächstes wird mir vor das Gesicht platschen. Okay, Slender. Okay, dann ich lieber den Muskel auf. Okay. Alles wird gut. Wir werden jetzt den Knopf aktivieren. Und äh, das Teil sieht irgendwie ein bisschen real aus. Dann wenigstens das Teil nicht so groß. Aktivieren. Aktiviert. Bin ich jetzt ein besserer Mensch? So, danke fürs zu Ende Schauen des Videos. Wollt ihr mehr von Slender the Arrival mit Oculus Rift sehen? Lasst einen Daumen nach oben da und schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem muss ich noch sagen, dass es ziemlich, ziemlich real aussieht. Und sogar für mich ein bisschen zu viel ist. Aber wenn ihr es unbedingt wollt, dann keine Ahnung. Dann keine Ahnung. Echt nicht. Vielen Dank fürs zu Ende Schauen im Übrigen. Und dann sage ich noch 3, 2, 1. Tschüss. Übrigens, das Teil kann man auch bei Outlast benutzen. Wieso ich das gerade gesagt habe, weiß ich nicht. Das ist schon so oft gesagt. Lass es ein. Teddy. Okay. Ich habe das vielleicht nicht so ganz gemeint, okay? Ich meine das einfach nur so, dass ich immer in diesem Bett schlafe und du immer hier reinkommen musst. Immer machst du das. Teddy. Das war nicht. Teddy. Das war. Ich bin ist eine ganz andere GmbH. Daher ne okay. Vielen Dank.